Oh ja, jetzt kommt ein klassischer Sheldon, glaube ich. Moment, ich muss das lesen. Au! To the moon! To the moon! Pretty good. To the moon! So. Ich habe einen Kerbaltruck. Pinky ist, äh, das ist... Naja, wir haben seinen vollständigen Namen gefunden, meine Freunde. Darf ich vorstellen, das ist... Pinky Kerman. Das ist jetzt natürlich nur doof, dass ich so viel Schaden habe. Super. Pinky Kerman ist geboren.